Hi, hier ist wieder Chris und in diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr bei Google Tabellen eine Auswahlliste erstellen könnt. Eine Art Dropdown-Liste. Und zwar machen wir das diesmal so, dass wir die Daten aus einem Zellbereich holen. Das heißt, wir haben verschiedene Zellen, da stehen Werte drin und genau die benutzen wir, um diese Auswahlliste zu erstellen. Ich habe ja bereits ein Tutorial erstellt, wo wir das sozusagen mit Komma separiert als Liste eingetragen haben. Der Link wird da oben eingeblendet, falls ihr euch das anschauen wollt. Und wir machen das jetzt aber, wie gesagt, mit einem Zellbereich, den wir vorher mit Daten füllen. Jetzt können wir das einfach irgendwo machen. Nehmen wir mal an, wir wollen folgende Daten nachher im Dropdown-Menü haben oder in dieser Liste. Und ich schreibe das jetzt einfach mal hier hin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und die Daten benutzen wir jetzt gleich für unser Dropdown-Menü. Das können wir natürlich nachher auch noch verschieben oder gleich auf einer ganz anderen Tabelle packen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich habe das jetzt hier mit drin und ich möchte zum Beispiel hier diese Auswahlliste haben. Jetzt kann ich entweder über Daten und dann hier Validierung gehen oder ich klicke hier mit der rechten Maustaste rein und gehe auf Datenvalidierung. Dann bekommen wir hier so ein Menü. Und hier können wir dann eingeben, den Zellbereich. Das ist der Bereich, wo jetzt sozusagen die Zelle ist, wo wir das anwenden wollen. Und das ist hier Tabellenblatt 1 und dann die Zelle C2. Und die Kriterien, das ist jetzt so, wir wollen ja die Liste sozusagen aus dem Zellbereich nehmen. Das heißt, wir haben jetzt hier zwar noch andere Möglichkeiten, aber das ist schon richtig. Wir nehmen die Liste aus einem Bereich. In dem anderen Tutorial haben wir die Elementliste benutzt. Jetzt nehmen wir Liste aus einem Bereich. Wir klicken dafür hier auf dieses Symbol und wählen uns, nachdem wir hier dieses Mini-Menü hier bekommen, einfach die Zellen aus, die später dort in der Auswahlliste erscheinen sollen. Und ihr seht, hier werden nur eingetragen H2 bis H6, also die Koordinaten H2 bis H6. Ich klicke auf OK und wir können jetzt erst mal das Ganze mit Speichern abschließen. Also momentan ist es so, dass bei ungültigen Daten einfach nur eine Warnung angezeigt wird und dass die Liste auch angezeigt wird. Mehr nicht. Wir speichern das Ganze und ihr seht hier diesen kleinen Pfeil. Und wenn wir da draufklicken, bekommen wir schon die Auswahlmöglichkeit von dem, was hier in den Zellen steht. Ich klicke hier mal auf 3, das funktioniert alles. Und ihr habt ja gesehen, wir bekommen ja nur eine, ja ich sag jetzt mal wie eine Warnung. Das heißt, wenn ich hier was anderes reinschreibe, ich schreibe jetzt mal 7, dann funktioniert das zwar. Aber wir bekommen so einen Hinweis, dass das halt ungültig ist und das wollen wir vielleicht gar nicht. Das heißt, wir klicken hier wieder rein, rechte Maustaste, Datenvalidierung und können jetzt zum Beispiel sagen, wir wollen keine Warnung, sondern wir wollen das erst gar nicht haben. Das heißt, das wird einfach abgelehnt. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel machen und speichern, ja klar, jetzt steht zwar noch die 7 drin, wir können irgendetwas auswählen. Aber wenn wir jetzt versuchen, nochmal etwas anderes reinzuschreiben und ich mache das mal, schreibe jetzt 7, drücke Enter, ja, dann zeigt der mir natürlich ein Fehler an. Ich klicke hier nochmal rauf, gehe nochmal rein und ihr seht ja, hier ist das Häkchen für die Darstellung in Zelle Schaltfläche zum Einblenden einer Liste anzeigen. Wenn wir das rausnehmen, dann bekommen wir keine Liste und ich zeige das ganz kurz. Die Liste ist weg, ihr seht, der Pfeil ist weg. Und wir können trotzdem nur das reinschreiben, was hier drin steht, was wir in der Liste haben. Also zum Beispiel 1 und 3 meinetwegen oder 4, das geht. Aber sobald ich 7 reinschreibe, bekommen wir wieder eine Fehlermeldung. Und genau das wollen wir vielleicht, das heißt keine Auswahlliste, sondern die Leute sollen vielleicht gar nicht wissen, ja, okay, wenn sie die ersten Buchstaben reinschreiben, dann kriegen sie ja eh schon einen Hinweis. Also ihr seht, wenn ich ein E reinschreibe, dann steht hier auch schon ein Hinweis. Ihr könnt auch raufklicken und dann wird uns das ausgefüllt. Aber wie gesagt, es gibt nicht die Möglichkeit, andere Werte dafür einzutragen. Ich gehe hier nochmal rein, Datenvalidierung, also mit der rechten Maustaste und wir können, also erstmal werden wir das wieder einblenden, sodass wir die Liste auch erhalten. Und hier unten haben wir die Möglichkeit, natürlich auch eine Hilfe anzuzeigen. Das heißt, wir wählen einfach den Bereich hier aus, also markieren den, löschen den und schreiben dann hin, bitte einen Wert aus der Liste wählen. Zack. Und jetzt speichern wir das Ganze und wenn wir jetzt hier rüberfahren mit der Maus zum Beispiel, dann wird uns schon dieser Hinweis sozusagen angezeigt. Das war es eigentlich auch schon, aber ich zeige euch trotzdem noch was. Genau, erstmal wie man das löscht und wie man das verschiebt. Normalerweise ist das ganz einfach. Wir können das jetzt hier nehmen mit STRG X zum Beispiel, ja, ausschneiden und irgendwo anders platzieren. Zack. Ihr seht, das ist woanders und trotzdem ist die Möglichkeit noch da. Und das funktioniert auch mit dem anderen Tabellenblatt. Das heißt, ich nehme das, drücke STRG X und nehme meinetwegen ein anderes Tabellenblatt. Ich nehme einfach ein zweites, füge das hier irgendwo ein, damit man das halt nicht sieht. Zack. Und gehe wieder auf Tabellenblatt 1 und ihr seht, das ist immer noch da, aber erscheint hier überhaupt nicht in unserem, in unser Tabellenblatt sozusagen auf der ersten Seite. Falls ihr das nämlich gar nicht haben wollt, also dass es nicht auf der gleichen Seite ist. So einfach geht das. Wir löschen das Ganze jetzt hier wieder. Rechte Maustaste, dann Datenvalidierung und dann hier Validierung entfernen. Zack. Und dann seht ihr schon kein Fall mehr da. Wir können jetzt hier auch wieder die 7 reinschreiben. Drücke Enter. Und jetzt werden wir noch das zweite Tabellenblatt löschen. Zack. Und richtig löschen. Und dann haben wir noch das Tabellenblatt 1 und sind damit auch fertig. Das war es auch schon. Ich hoffe, ihr ein oder andere konnte mit dem Tutorial was anfangen. Ich würde mich freuen und freue mich natürlich über ein Like. Und wenn ich euch bei weiteren Tutorials dann wiedersehe. Alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020